Im Multi-Blank-Holder können bis zu sieben kleine Zirkon-Blanks verschiedener Farben eingespannt und in einem Fräsvorgang bearbeitet werden. Besonders von Vorteil ist der Multi-Blank- Holder für das Fräsen von bis zu sieben Einzelkronen aus selten benötigten Zahnfarben. So ist es möglich, in nur einem Fräsvorgang bis zu sieben Patienten gleichzeitig zu versorgen. Mit den kleineren Blanks ist es nicht mehr nötig, große Blanks in seltenen Farben auf Lager zu halten. Dies spart Kosten.